DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Escucha y repite Disculpe, ¿dónde están los detergentes? Entschuldigung, ¿wo finde ich Waschmittel? Disculpe, ¿cuánto cuesta esto? Entschuldigung, ¿was kostet das? Cuesta noventa y nueve céntimos Das kostet nounundneunzig cent Son diez euros Das macht zehn euro ¿Dónde está la caja, por favor? Wo ist die kasse, bitte? Pagan efectivo? Zahlen sie bar? Querría pagar con tarjeta Ich möchte mit karte zahlen No aceptamos tarjetas de crédito Está de oferta Das ist ein sonderangebot Comprar Compro jabón Ich kaufe seife Es muy caro Das ist zu teuer Desea una bolsa? Möchten Sie eine tüte? Aquí tiene Bitte sehr Muchas gracias Dankeschön Dv.com Slash Deutschtrainer Duah Duah Dv.com Duah Duah Dez Duah Duah